So, da bin ich. Ja, ich habe eine Thrombose, ich bin krank geschrieben, aber ein bisschen was muss ich auch tun zu Hause. Ich habe einen Thrombose-Schwunz an und bin mir die blaue Tonne geholt. Ich habe gerade bei der Abfall-AWB-Stadt-Römer angerufen, wie in gelbe Säcke. Ich habe noch vier gelbe Säcke dieses Jahr, das wird knapp. Ich habe angerufen, meine Daten hinterlassen. Die schicken mir neue Coupons zu. Perfekt. Keiner Service, hat nur gedauert, neue gelbe Säcke, umsonst. Wie gesagt, ich habe gerade schon erzählt, ich habe mir ein paar Kartons zugeschickt bekommen, kann ich nichts mit anfangen, es tut mir leid. Liebe Rentenkasse, Rentenversicherung, kann ich nichts mit anfangen. Ich werde jetzt einfach das klein machen, in die blaue Tonne schmeißen hier. Auch nicht die Kartons-mäßig, sondern halt ein bisschen klein. Ich weiß nicht, wer sich das ausgedacht hat bei euch. Keine Ahnung, nachherum. Das ist ein Müll bei euch auch nicht zu Hause. Also hier als Nachweis, irgendwelche Zeitschriften hier von der Deutschen Rentenversicherung. Das Renten-ABC, kann ich das mal in die Kamera zeigen. So, das Renten-ABC, Deutsch-Rentenversicherung. Ich kann gar nichts mit anfangen, keine Ahnung, was ich damit soll. Komm, einfach so in den Mülleimer, in die blaue Tonne. Daher habe ich ja die Karte bestellt. Die Kartons reißen ich natürlich vorhin. Die blaue, die haben zwei blaue Tonnen. Die müssen für zwei Wochen reichen. Und vielleicht in die Brennenkasse, vielleicht meldet ihr euch mal dazu. Was das soll. Ein Karton hätte mir erreicht. So, wie man hier sehen kann. Ganz Karton voll, kann nicht gar nichts mit anfangen. Käppe ich auch mal so in die blaue Tonne. Da gehen die Steuergelder hin. Das Geld hin. Ein Karton, fünf Zeitschriften hätten gereicht. Nein, ich kriege gleich zehn Kartons. Wieder Renten-ABC. Null, weg damit. Ich würde gerne mal wissen, wer sich das ausgedacht hat. Also ich nicht. Karton. Oh, shit. Die blaue Tonne ist gleich voll. Nachbarn freuen sich. Ich freue mich. Perfekt. Danke, liebe Rentenkasse. Viel nichts. Ich würde jetzt mal besser vor Bleistifte schicken sollen. Oder Buchschreiber anstatt. So komische Zeitschriften da. So, deutsche Rentenversicherung. Müll. Und der, keine Ahnung, fünfte Kartoffel und zack. Steuergelder, halben Baum. Naturschutz ist gar nichts. Vielleicht hat die Kantenfehler gemacht. Keine Ahnung. Und allerbeste, Marek Oldenburg und CoKG. Ich habe gar keine CoKG. Ich glaube, wie ich damit fertig bin, ist die blaue Tonne der Fälle. Hier noch so ein Batzen Papier. Ich schmeiße da alles mit rein. Also ich lege gleich oben drauf. Das Renten ABC. Müll. Müll. Alles Müll. Karton ist weg. Blaue Tonne ist voll. Dreiviertel voll. Ungefähr nichts. Zeitschriften und... Alle weg damit. Ich hoffe, ich kriege jetzt keinen Ärger mit den Nachbarn. Weil die Nachbarn haben natürlich auch Papiermüll. Jetzt aber noch mehr después. Ich bin fertig. Dann drauf. Einführer. Aus. Te Haut. Ja.